Hey Leute und willkommen zurück zu Battlefield 1. Wir starten jetzt mit der fünften und letzten Kriegsgeschichte. Los geht's! Mit kleinen beweglichen Einheiten forderten sie die Macht eines Großreichs heraus. Vereint durch die Vision eines einflussreichen Kriegers. Eine Vision von Freiheit und Veränderung. Untertitelung des ZDF, 2020 Die arabische Wüste. Ein gewaltiges Meer aus Sand und Sonnen verbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl. Schwarzes Gold. Der Lebenssaft eines neuen mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Beduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. In der Wüste braucht man eine gute Planung und eine Portion Glück. Und vor allem Letzteres meinte es gut mit uns, als wir von einem kürzlich entgleisten Zug der Osmanen erfuhren, der eine äußerst interessante Fracht geladen hat. Nutze das Fernglas, um Feinde zu entdecken. Eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Das sind aber nicht sehr viele. Aber gut. Wir schleichen jetzt voran. Und wir haben hier noch unsere Fake-Munition. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbewerb verlieben. Ja, das ist unser Vorteil. Deswegen kriechen wir hier. Beziehungsweise laufen langsam und halten uns ruhig. An den hier können wir uns leicht dran schleichen. Ich hoffe, er bleibt irgendwann stehen. Okay, macht er nicht. Wohin will der? Wäre ein guter Zeitpunkt. Schusswaffen sind zwar mächtig und effizient, aber sie erregen Aufsehen. Eine Reaktion der Osmanen würde also nicht lange auf sich warten lassen. Deswegen schleichen wir trotzdem noch hier rum. Und schauen, wem wir noch erwischen können. Oder wir spielen jetzt Rambo. Das hat uns bemerkt. Jetzt haben sie uns alle bemerkt. Schauen wir mal, von welcher Richtung die kommen. Okay, jetzt wird er still hier. Okay, jetzt ist er wieder still hier. Oh. Soll ich jetzt wagen? Ach komm. Wir sterben können wir doch nicht. Wir sterben können wir doch nicht. Wir sterben können wir doch nicht. So, hier mein Fort bestecken. Oh. Da oben. Ich treffe den überhaupt gar nicht. Den. Der eine hat uns immer noch nicht bemerkt oder? Oder was ist das hier? So eine Mörser. Aha. Du hast die Waffen. Wenn er keine bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, versteh ihn. Ach, die hat die hier? Hast du dich hergedacht? Okay, ich hätte hier nicht hergedacht die Pistole gehabt. Egal. Haben wir halt bei Rambo gespielt. Hier ist es. Oder? Jawohl. Rauskommen. Das war's. Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lorenz von Arabien. Eigentlich hatte ich fest darauf gehofft. Herr Lorenz. Herr Lorenz. Das ist ja raffiniert. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Achmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Während wir hier stehen, flüht deine Bestie durch die Wüste. Eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Es ist vorbei. Bald ist alles, was ihr kennt. Und lebt. Nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit. Und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen. Damit er krepiert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid, meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen. Damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Unmöglich! Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchte die ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten! Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen! Warten wir satt, mein Freund! Der Fortschritt 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 Der Fortschritt